ja ich gehe da mal auf der suche nach und meine freunde retten unser gebäude oder ja und leute ihr könnt auch gerne im chat mal was schreiben so ist es nicht ich weiß es tut mir schon ein bisschen leid ist das ein brunnen jeder ist auch nicht ich habe die ganze zeit schweine hast du das schweine ich nicht also das war ja ich So, ähm... Das ist nicht so, hm... Ruben! Die Schweine sollen ne Klappe halten? Hm... Kann ich auch. Loll! Erschreckt er... Erschreckt er sich von München! Die sind gut zum Essen und nicht zum Erschrecken, Loll! Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen... Ruben, es ist schrecklich hier! Was? Da habe ich ein Kostüm gefunden? Was ist doch das Kostüm von... Alles andere ist... Er lebt doch! Das ist die Hauptsache, dass Ruben noch lebt. Ruben? Scheiß Spinnen! Ich hasse Spinnen! Ja, immer diese Spinnen hier. Da bewegt sich was. Das ist ein Kostüm. Hey, da wäre ich ein Zombie. Scheiß Creeper erschreckt mich doch nicht so. Jetzt nur ein Skelett da. Typisch, typisch. So, erster Zombie ist tot. Zweiter Zombie ist tot. Ist kaputt. So, und was machen wir jetzt? Jetzt kommt da auch noch eine Spinne. Jetzt kommt da auch noch so eine Spinne. Ja, jetzt kommt Petra zu Hilfe. Jetzt kommt da raus. Ich möchte euch ein bisschen zeigen. Nicht, dass es hier nicht ein cooles, dunkel lichtes Tunnel ist, aber wie weit entfernt ist das Ding, ihr wollt euch zeigen? Wichtig, Jesse. Du wirst nicht eine Reputation als ein Wimp. Ja, das ist nicht mein erstes Mal in eine cave, Petra. Ja, aber hast du nie gesehen... ... eine Wither-Skull? Woah! Fisch! Was ist sein Deal? Er ist ein bisschen weiss, ich glaube. Aber hey, jeder hat sein Ding. Und du hast die ganze Mache... Hm, wer weiß. Was das für ein Typ ist denn? Was das für ein Typ ist? Ich habe das Ding. Wauw! 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 Was? Wauw! 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 Okay. Das Jackpot, lol. Okay. Ich brauche mir das Rezept anzugucken. So, und da haben wir ein Steinschwert. Siehst du? Ist es besser, wenn du es dir selbst machen möchtest? Schau mal, Enderkons sind alle aufgetreten. Ich glaube nicht, wir haben gewonnen. Der Enderman war der richtige Weg, um zu gehen. Gut für dich, Jesse. Es ist Zeit, dass wir Lukas und seine Gange von Gerks verletzen sind. Okay? Du kannst ihn kennenlernen, nur in der Lage sein. Er ist gut anzubilden, das ist sicher. Es ist immer sinnvoll, einen Mann zu haben, nicht egal, was du denkst von ihm persönlich. Just... think about it, okay? Komm, lass uns schnell! Erinnerst du, was Endercon war, bevor es cool war? Erinnerst du, was wir, bevor wir cool waren? Einige von uns wird nie cool sein. Ja. Jetzt haben wir angefangen. Creeper, Zomir, weiss, kommt noch Skelette. Wuhuuu! So, dann springen wir mal. So, dann sag ich mal, Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Mojang. Äh, ne, nicht in Zusammenarbeit mit Minecraft. Äh, Microsoft. Die Minecraft-Story-Modus. Ja, so ein Scheiß jetzt auch. Da fliegt ein Creeper. Bumm. Yeah. Bumm. Bumm. Bumm! 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 Wie wusstest du? Du stehst ins Wasser! Du bist nicht auf den Wetter! Du stehst Sie immer zusammen und folg ich! Gut, dann kommen wir mal mit und bereichen uns zusammen. Oder auch nicht. So, dann sind wir jetzt mal zurück. Hey, ihr alle kennt Petra, mein neuer super close Freund. Wir sind jetzt super close. Wir gingen uns an, als ich nach Ruben schaute. Pferd Ruben! Was hat mit seinem Eindruck passiert? Wir hatten ein paar Zornen mit einigen Zombies. Sie schraubten ihn gut, aber Ruben hat seinen eigenen. Was warst du in den Wald, Petra? Nichts, nur mit dem Geräusch von Jesse´s hochpitched Schremen. Jesse kann schreien? Aber hey, wir gewinnen! Looks like abandoning friends and their time of need paid off yet again. Our Enderman is so lifelike, I don't even want to glance at it. We did okay, didn't we? I still wish I'd gotten that part in the back to look better. I could have fit more fireworks in there, somewhere. I'm proud of you guys. Aw, shucks. Don't make me blush. Seriously, don't. Hey, Jesse. It's time to go see about that... thing. Oh, right. The thing. Subtle. Yeah. As a punch to the face. Axel and I, we're gonna head into Endercon anyway. See you in there? I heard somebody say, there's free cake by the map booth. Hurry, we're supposed to meet you in there. Hmm, lecker. Dark, dark, very dark in here. That's weird. He said the dark, creepy alley close to the gates, but he's not here. Maybe he's late. Are you sure this is the dark, creepy alley he meant? Hmm, I was. Okay, new plan. You stay here, just in case this is the spot he meant, and I'll look around. I guess I could have heard him wrong. Then again, I've never gotten a meet-up spot wrong before. Okay, I'll hold down the fort. Thank you. I'll be back before you know it. If he shows up while I'm gone, just stall for me. And just who are you? I... I'm waiting. The name's Jesse. What's it to you? I'm supposed to meet with Petra, not whatever you're supposed to be. Give me one good reason why I shouldn't walk out of here right now. I'm with Petra. My deal is with her. Not her partner. She'll be here, but we can get started without her. Do you have the skull? Uh, well... You do or you don't? Petra has it. She'll be back any minute now. Well, as long as she's bringing it. I suppose it wouldn't kill me to wait a minute longer. What? There she is. Sorry I'm late. But good things are worth waiting for. I've got what you ask for. If you have what you promised us. You didn't say anything about an us when we first met. And I don't like surprises. What's the mark? Keine Überraschung? Hm. Ich schon. Nee, ernsthaft. Ich auch nicht. My friend is fine. Right, Jesse? There's no problem here. Let's not be too hasty. Okay? This is just a little misunderstanding. Let's just do this thing. That's what I thought. Proceed then. I'll take that diamond now. Take it. You've earned it. This isn't a diamond. No. It's Lapis. Of all these. I can't believe that guy got one over on me. Let's go after him. Hey, right? Right? Come on. Do you see him anywhere? We lost him. Then we'll just have to find him again. Go. There he is. Gabriel. 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 Step aside please. I have just one question. Hold all your questions until after the keynote. The keynote sold out. Hold all your questions anyway. There he is. Let's go with him. What's up? Nothing? What's up with you? Nothing. What's up with you? Nothing. I just said nothing. Hey. Uh. Congrats on the win. I mean I still think our beacon was amazing but you guys did a pretty good job too. I mean I thought the whole monster theme was plenty cool but fireworks too? Your beacon wasn't too shabby. You don't have to do that, okay? You guys won fair and square. You have to win? Hmmm. I don't know. I don't think so. Why? He kind of scammed Petra out of a diamond earlier. Whoa. Everyone knows you don't mess with Petra. Not if you know what's good for you. I'll keep an eye out, okay? Thanks. I appreciate it. So, uh. We're cool? Yeah, we're cool. 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 While you're delicious.